Servus, willkommen zu einer neuen gemütlichen Sonne, sehr infektiv an meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. So, heute bauen wir mal die Ölpumpe fertig. Und dann noch ein bisschen Hausarbeit. Ich bin natürlich sehr knapp dran, zu knapp eines gesagt. Aber wir sehen das jetzt später. Was ich noch bei Eisensachen sammle ich. Und dann ab dafür. Ja. Das ist wirklich. Das war unglaublich. Zu Anfang als Black-Einstein. Und jetzt ist mir das versendet auf die Steine. Da ist mein Steinlager wieder vervollständigen. Hm. Ich glaube, die Giste wird voll. Ja. Mut. Ich weiß nicht. Das ist gut. Das Brottschiff ist von der Zeit. Der Hund. Wenn jemand nicht mehr macht, warum er nicht mehr macht? Ja. Das ist ein Blast, der Gummler ist. Boom! Sekunde mal, ich muss einen kleinen Schritt machen. So, wenn wir da... Hallo! So, weil wir die Lüge ausfügt sind. So... So. So, wenn man seine Leitung ein Paket machen kann. Dann finde ich es wirklich so praktisch. So. So, wenn man seine Leitung zieht, muss man sie sehen. So. So. Das ist echt gut. Und der Meister Jäger hat natürlich sein Problem im Influg, warum auch immer. Und der Meister Jäger hat natürlich auch immer. Und der Meister Jäger hat natürlich auch immer. Ich weiß nicht, ich kann das. Ich weiß nicht, dass ich es nicht so mache. Nein. Das war auch ein P-E-N-S-E-N-E-M. Doch fristig und mütlich, den können wir ganz gleich machen. Okay, das wird jetzt noch auf dem Dorn. Das wird jetzt. Ich habe ihn nicht mehr als erheb, aber ich habe ihn nicht mehr als erheb. Ich habe ihn nicht mehr als erheb. Es war in der Gegend, dass alle Bumpe bestellen, dass alle sein. So... Seile Klöcke machen wir eigentlich einmal in der nächsten Folge. Ich denke, dann muss man gucken, ob das, wie das, wie das, wie das haben will. So eine... So eine... So... So... So eine... 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 Einmal. 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 Also, ich will sagen. Dann langt ihr bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge, glaube ich, haben wir die Elektrik-Bumpe hinkriegen und beteiligt tut auch noch ein bisschen Zimmensfuhren und dann machen wir den Rest fertig. Vielleicht bleib gesund, bleib auf, wir sehen uns in der nächsten Folge, ciao.